Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Cognition. Ich begrüße euch. Ja, falls ihr euch erinnern könnt, haben wir hier im letzten Part mit Erika den Tatort so ein bisschen unter die Lupe genommen. Wir haben von unseren netten Kollegen Dr. Gallagher, Terrence, schlag mich tot, und unserer Vorgesetzten Madison Davis einige Hinweise bekommen, um festzustellen, dass es sich hier tatsächlich um ein Verbrechen gehandelt hat und nicht um einen freiwilligen Abgang, nenne ich es jetzt einfach mal. Nein, es war definitiv Mord. Wir haben wichtige Tatsachen zutage gefördert mit unserer Fähigkeit, auf die ich einmal mehr beinahe vergessen hätte. Und zwar war zum Beispiel der Täter auf jeden Fall kleiner als das Opfer. Es war ein Kraftakt notwendig, um das Opfer hier überhaupt drauf zu bekommen. Zudem wurden eben auch noch die Fingerkuppen radiert, nenne ich es jetzt einfach mal, um uns die Arbeit natürlich so schwer wie möglich zu machen. Aber, da wir ja über diese wunderbare Fähigkeit verfügen, auf die ich beinahe wieder vergessen hätte im letzten Part, haben wir gesehen, dass das Opfer, während es hier angebracht wurde, tut mir leid, wenn ich das so pietätlos von mir gebe, aber mir fällt gerade kein besseres Wort ein, einen Gegenstand von diesem Tisch hier weggekickt hat, versehentlich. Und zwar hier unter dieses Regal. Und genau da werden wir jetzt auch ansetzen, da werden wir weiterspielen. Von daher genug gelabert, ich wünsche euch viel Spaß mit Erika und mit Cognition. Weiter geht's. So, dann wollen wir jetzt natürlich auch sehen, was sich unter diesem Regal verbirgt hier. Ja, liebe Erika, das haben wir gesehen im letzten Part noch. Dann sei so nett und bück dich mal, um diesen Gegenstand aufzuheben. Hey John, hast du eine Idee, was das ist? Keine Ahnung. Frag Terrence. Ja, John ist hilfreich wie immer. Auf jeden Fall. Und wir sollen Terrence fragen. Wobei, das heißt, ich unbedingt nach einem... Kann ich das hier schon mal angucken? Gegenstand vom... Ja, super Beschreibung, ja. Sieht jetzt nicht unbedingt technischer Natur aus, finde ich. Aber vielleicht kann uns Terrence hier weiterhelfen. Der war ja auch, ich glaube, der Einzige, der hier wirklich nett war. Achso, ich sollte wahrscheinlich erst mal den Gegenstand auswählen. Und dann mit ihm interagieren. Terrence, bitte. Hey Terrence. Yo, E! Äh, ja, unter dem Regal gefundene Antiquität. Wissen Sie, was das ist? Es war unter dem Schiff. Keine Ahnung. Sieht so alt. Ist das Wahrscheinlichkeit? Ja, ähm, wundert mich jetzt auch nicht unbedingt, ne? Hier, drei Uhr früh oder so war das doch hier. Da kann sowas schon mal entfallen, äh, wo man das schon mal gesehen haben könnte, sowas ähnliches. Ach, wir können auch noch, ähm, wegen dem Graffiti fragen. Terrence, did you notice that wall over there? The paint looks fresh. Yeah, I saw that. I'll have to call someone to come here tomorrow and take a closer look. I seriously don't have time for all this work. Have you talked to Davies about the lack of resources? She knows this is BS. Yes, I heard that. All good, Boss, I got it. Halt in there, buddy. Yeah. Reed? McCoy? Oh, Joy. Komm, talk to me, wenn you're done asking around. We better make sure we know our facts before talking to Davies. Ja, äh, das war wohl auch schon ein guter Hinweis, denn ich würde sagen, wir haben hier so ziemlich alles, ähm, abgesucht nach Hinweisen. Und ich muss schon sagen, die Arbeitsmoral lässt hier doch so ein wenig zu wünschen übrig, ehrlich gesagt. Äh, wir sind hier wohl mitunter noch, ähm, die eifrigste Person am Werke. So, dann werde ich jetzt nochmal, bevor ich wieder drauf vergesse, nochmal kurz gucken. Ja, und, äh, das können wir uns nicht ansehen, weil Erika zu viele Leute hier rumstehen. Gut, dann lassen wir die Fähigkeit erstmal außen vor und sprechen mit unserer unglaublich netten Vorgesetzten Madison Davies. Reed, wir payen für den verdammten Telefon, damit du den Telefon, wenn ich dich ringe. Ist das klar? Jetzt, was hast du gefunden? Pfff. Wie hat die Verkundung sterben? Ach, wir könnten sogar, wir könnten sogar hier lügen, quasi, oder uns dumm stellen. Ähm, eigentlich hätte sie es verdient, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Was für eine, äh, zänkische, kleine, ja, egal, lassen wir das, ähm, ja. Komm. Suffocation. Wer ist unser John Doe? Äh, die, war nicht der. Al Williams? Seriously, was? Ne, 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 hier, äh, wir haben keinen Namen. Wir können noch nicht identifizieren, weil die Fähigkeiten von der Fähigkeit haben geschenkt. Einen Lieds an den Körner? Boah, ich hätte mir das vielleicht etwas, äh, merken sollen. Von wegen hier, ne, immer ein paar Tage nicht zocken und, ähm, mit euch quasi simultan und so. Ja. Verdammt. Ähm, ähm, ja, das, das weiß ich noch. Genau, das habe ich auch erwähnt. Das ist es? Das ist es. Ich kann, aber auch, dass Terrence ist, dass Terrence überwärts, so er ist nicht genau auf der top der Bühne. When I have questions about how to run my branch, I'll ask you Anything to add, Nikoi? No Wonderful Not only are you too late, you're also worthless Go get some sleep and get your asses to work tomorrow early I want to see you in my office as soon as you're in, Reed Yes, sir Can I ask a question? Why are we taking this case? Tomorrow Now get out of here Erika Sir, how are you holding up? I'll be fine Good Get some rest I have a bad feeling about this one Das war ja tatsächlich mal ein Anflug von Humanität Wahnsinn Ich bin begeistert Was für ein Haustrach, ne, ehrlich Meine Güte Was? Was? Don't do this to me, Davies I have to It's been three years This is bullshit I'm so close to getting somewhere No, Erika I can't I can't You have to, Erika I'm afraid that's an order Ah, das war ein Flashback cool Are you alright? I just need a minute Ah, das war ja Oh, das war ja Was ist es? Mein Visions. Ich habe gesagt, jemanden zu sehen. Sie hören dich. Du hast das Karte? Ja, ich verstehe. Aber das ganze Hocus Pocus... Es ist nicht ich. Rose, eine Antique Shop. Das, was du hast, Taryn sagt, war es an Antique. So, go ask her. Und während du da bist, bring dir diese Visions. Was kann das? Wenn das dich aufhören wird, dann gut. Ich gehe morgen. Geh jetzt. Sie ist ein Nachthäuser. In der Morgen ist offen, alle Nacht. Great. Das klingt perfekt normal. Geh jetzt. Ich werde dich in die Ophäre. Wir können nur in die Vergangenheit sehen. Wir haben doch unseren eigenen... Ich bin etwas... Irritiert. Aha, okay. Ich frage mich gerade... Ach nee, kann ich nicht. Okay. Ich wollte nämlich eigentlich selbst auswählen, wo ich hingehe. Schade. Denn ehrlich gesagt hätte ich gerne noch diese Sprühfarbe untersucht, beziehungsweise das Graffiti hier. Aber... zu dem kam ich jetzt leider nicht mehr. Und wir stehen jetzt hier vor einem Antiquitätenladen, welcher einer gewissen Rose gehört. Ja, an dieser Stelle auch mal einen lieben Gruß an die Black Rose. Hast du dich mal hier ins Spiel geschlichen, wa? Gut. Ja, also wie gesagt, ich finde das etwas merkwürdig. Also, Davis kann ich mal überhaupt nicht ab... Ich meine, klar, hier Vorgesetzte und bla bla, ja, ne, hier Autorität und... Aber das muss doch echt nicht sein, dass man hier mit seinen Mitarbeitern dermaßen umspringt. Und was unser Vater damit zu tun hat, verstehe ich auch nicht so ganz. Wahrscheinlich war das auch ein FBI Agent. Nehme ich jetzt einfach mal an. So. Genug gelabert. Rose Shop. The things John gets me into. Mhm. Das scheint nicht nur ein Antiquitätenladen zu sein, sondern auch irgendwie etwas... Übersinnliches. Äh... Spirituelles. Keine Ahnung. Aber das werden wir uns jetzt ansehen. Es ist noch offen? Does Rose ever sleep? Ja, Nachtweilen sind mir sympathisch, ganz ehrlich. Ich bin ja selbst auch eine. Von daher... Wir gucken mal. Hallo, mein Lieber. Ich konnte fühlen, dass die Spirituellen heute Abend aktiv waren. Ich wusste, dass jemand aussehen würde. Ja... Das wäre ich. Also... Die Shop hat das Identitätsprobleme, oder ist das du? Sehr observant. Was ist eine schöne Mädchen wie dich hier draußen draußen? Special Agent Reed. Ich bin hier, um dir einige Fragen über die Antiquitäten zu fragen. Mein Lieblingsagentagent. Und du kannst mich Rose nennen, mein Lieber. Ach, die ist doch nett. Ganz ehrlich. Ja, wir fragen erstmal hier ein bisschen Smalltalk über den Laden. Was das wirklich genau ist. Denk ich mal. So, du verkaufst Antiquen? Du verkaufst nicht nur Antiquen, mein Lieber. Ich würde es gerne sehen, wie ein Weg, diese Beutaten durch die Generationen zu beschreiben. Aber ja, das ist ein Antiquen Shop. Among other things. Wie was? Ein Kristallball? Wenn ein Künstler möchte, mit ihrer liebten Mutter oder Vater zu sprechen, dann bin ich glücklich mit ihm. Genau. Hast du das Tarot auch? Ich mache ein ehrliches Lieblingsagentagent. Nichts falsch mit dem. Außer, dass die Menschen das Herz und die Geld haben. Nein. Ich gebe den Menschen, was sie wollen. Ich weiß, wann die Menschen hier brauchen. Und wie sie hier helfen. Genau, mein Lieber? Ich wollte dir über das fragen. Ah, das ist wunderschön. Was ist... Das ist nur ein Stück der Künstler. Ah, ja. Es ist ein Le Pondue. Oder zumindest sehr ähnlich. Precious Sachen. Ah, schön. A, was? Le Pondue. Es war eine Reihe von Künstler, die ihre Röte in der Frisch Revolution. Es ist gesagt, dass die in der Höhe der Gesellschaft benutzen sie bei secreten Partys. Mysterious, nicht wahr? Und einige sagen, sie benutzen diese Künstler, um ihre Schmerzen zu schützen. um ihre Kinder zu verstehen, was für sie die Justiz zu tun könnte, wenn sie die Regeln nicht folgen würden. Schrecklich, ist das nicht? Also warum würde ein Künstler wie das in einer Schmerzszene vor der Nacht sehen? Das ist dein Job, mein Lieber. Ja, das ist wohl wahr. Äh, habe ich auch noch nie gehört. Also werde ich wahrscheinlich auch nach dieser Aufnahme mal googlen. Le... Pe... 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 Habe ich echt noch nie gehört. Sehr interessant. Was anderes kannst du mir erzählen? Das Artefakt ist wirklich alt. Aber es wurde modifiziert. Das Holz ist sehr alt. Und so ist das Varnisch. Aber die Künstler sind neu. Ist das das einzige Stück, die du gefunden hast? Ja. Also gibt es mehr? Ja. Und ich würde sagen, diese Künstler wurden gemacht, um etwas anderes Stück zu befinden. Hast du diese Künstler? Da ist eine. Ah, welch glücklicher Zufall. Sehr schön. Gut, dann fragen wir mal hier nach Kunden. Vielleicht hat der Täter ja hier auch erstmal ein bisschen Shopping betrieben. Man weiß es ja nicht. Könnte das von dieser Künstler kommen? Ich habe noch nie einen gekauft. Aber sie sind nicht so unkommene, wie du denkst. Wissen Sie von anderen Künstler, die sie verkaufen können? Künstler, andere Antikstorien. Ich hoffe, sie werden auch in diesen Online-Auktionen zeigen. Wie gesagt, sie sind nicht so unkommene. Ich bin entschuldig, mein Lieber. Danke für die Hilfe. Anytime, mein Lieber. Jetzt, erzähl mir die reale Grund, warum du hier bist. Was ist jetzt hier die Gute oder so ein bisschen die Unnahbare? Ach komm, ich habe es mit der Wahrheit. Manchmal, ab und zu, selten. Was ist mit mir passiert. Ein Freund hat mir gesagt, dass ich dich darüber spreche. Geh auf. Ich höre. Ich habe immer... Visions? Ich bin entschuldig, ich bin nicht genau so komfortabel. Oh, hör mal, mein Lieber. Du kannst Rose erzählen, was mit dir passiert. Diese alten Kugeln haben alles gesehen und alles gehört. Wir haben wohl den Sockel gefunden davon. Aha. Ist interessant. Äh, ja, wir erklären uns, natürlich. Wie wissen Sie? Hat John McCoy dich? John McCoy. Wo weiß ich diesen Namen? Ah, ja. John. Ein anderer FBI-Agent. Ein leichter. Er kam hier ein paar Jahre zurück. Ja. Wohin. Er war wirklich verloren. Er lief mein Koffi. Und wir sind da auf der Karte, da dringend. Wir sprechen für Stunden. Ich würde sagen, du bist die Frau, er hat mir gesagt. Ich wünsche, er hätte mich damit zu tun. Ich wünsche mir das auf mein eigenes Leben. Einfaches wir brauchen ein Pus, mein Lieber. Und hier bist du, die richtige Schritte. Wenn sie beginnen? Die Visionen. Ich werde dir was. Aber geh und schlafen. Besuch deinen Bruder morgen. Wie? Wie wissen Sie? Schlafen. Und wenn du morgen bereit bist, komm hier zurück und ich zeige dir ein paar Dinge. Okay? Wir sehen. Alle wollen, dass ich schlafe. Sensationell. So, ich kann hier wohl ohne nichts auswählen. Oh. Ich könnte die Zeit um zu denken. Aber ich hätte besser heute Nacht etwas schlafen. Ich habe das Gefühl, morgen wird es ein langer Tag sein. Bereit zu gehen. Also, ich sollte sehen, was Davies wollte. Ha! Okay! Schlafen, äh, in Zeitraffer. Warum nicht? Ach, jetzt kann ich hier auswählen. Interessant. Ähm. Ja, wahrscheinlich in die Innenstadt, oder? Gut. Äh. Oh. Ja. Äh. FBI Boston Headquarters. Ja. Okay. Lächeln schon aus. Achso, ja. Naja. Logisch. 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 Ne. Das Opfer wurde ja sicher abtransportiert. Und ja. Aber wir fahren erstmal zu Davies. Allerdings würde ich sagen, liebe Leute, der Part ist lange genug geworden. Ich bin mir zwar jetzt nicht ganz sicher, wie lange genau, aber das sollte für heute auch genügen, denn hier kann ich sehr, sehr einfach abspeichern, würde ich sagen. Und ja, ich habe jetzt trotzdem noch zwei Fragen an euch. Zum einen hier mit Rose, mit dieser, ja, wie soll man sie nennen? Ähm. Hellseherin? Medium? Das wird sich wahrscheinlich noch rausstellen. Aber meine Frage diesbezüglich, glaubt ihr an sowas? Also glaubt ihr an, ja, Wahrsagen, an Kontaktaufnahmen mit gegangenen Seelen und dergleichen? Würde mich sehr interessieren. Und zum anderen noch ganz kurz in Sachen Spiel eine Frage. Und zwar habe ich letztens leider gelesen, dass es hier ab der zweiten Episode vorerst keine deutschen Untertitel gibt. Ja, diese haben es nicht ins Spiel geschafft bisher. Warum, weiß ich nicht. Allerdings stammt auf der Homepage der Entwickler, dass sie die deutschen Untertitel nachbringen möchten. Allerdings leider erst, wenn alle vier Episoden veröffentlicht wurden. Ja, und meine Frage jetzt dahingehend wäre jene. Wie soll ich weiter verfahren nach dieser Episode, die hoffentlich noch lange, ja, gehen wird. Also noch lange zu spielen sein wird. Stört euch das? Soll ich wirklich warten, bis alle vier Episoden veröffentlicht wurden, um dann vielleicht irgendwann die Möglichkeit zu haben, das Ganze weiter mit deutschen Untertiteln zu zocken? Oder sagt ihr, das ist mir egal, zock einfach weiter, sobald die Episoden rauskommen. Das, wie gesagt, würde mich auch sehr interessieren. Und ja, damit jetzt eigentlich auch für diesen Part genug gesagt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Ich bin sehr, sehr neugierig, wie es hier weitergeht, ganz ehrlich. Vor allem eben mit Rose und auch jetzt, was Davis uns zu sagen hat. Und wir haben ja offenbar noch einige andere Schauplätze, die wir abklappern können. Ja, wie gesagt, ich glaube, es gibt einiges noch zu tun. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Cognition. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.